Willkommen! Ich möchte dieses Video nicht nur als kleines Infovideo nutzen, sondern gleichzeitig auch als Prolog für die Bunt-Gemischt-Playlist. Und zwar auch, um euch das neue Thumbnail zu teasern, das in der nächsten Folge kommen wird. Einige von euch haben ja vielleicht das Vorschau-Thumbnail bzw. den Teaser, den ich auf meinem Hauptkanal schon gezeigt habe, als ich dort ein Infovideo für den Kanal machte, gesehen. Doch dieses wird nochmal etwas anders. Erstmal zum Thema Bunt-Gemischt. Das Ganze ist dadurch entstanden, dass ich den Kanal Worst Premade Ever und Tears Game ziemlich cool finde, wo halt Leute einfach Spiele zusammenspielen. Und Tears Game macht eine Videoreihe namens Mishmash, wo Clips drin sind, die in keine andere Compilation passen. Das möchte ich jetzt auch bei Bunt-Gemischt wieder so machen, denn mir ist aufgefallen, dass ich damals einige Clips, die im Bunt-Gemischt-Best-Of waren, auch in zum Beispiel Hand-Compilations gepackt habe. Doch da möchte ich diesen Schritt zurückgehen und werde wieder im Bunt-Gemischt nur Videos bringen, die dort kommen. Es kann natürlich sein, dass ich diese auch mal als YouTube-Short mache, aber abseits von den Shorts wird es nur in diesem Video selber kommen. Das heißt, wenn ich Hand-Clips da drin habe, PUBG-Clips, kommen die in keiner PUBG-Compilation vor, in keiner Hand-Compilation, sondern nur hier. Und die andere Sache ist, ich probiere jetzt mal mit einigen Sachen rum, damit ich schneller Videos bringen kann. Denn meist ist es so, dass diese Clips recht klein sind, da ich ja das Ganze privat meist mit Freunden spiele. Und dann dauert es halt einige Zeit, bis neue Clips kommen. Sprich, ich werde gucken, dass ich vielleicht schneller mal Clips zusammenschneide und dann eher kürzere Videos mache und dafür halt aktuelleres Material schon schnell verarbeite. Aber das wird sich mit der Zeit zeigen. Wichtig ist, ich habe jetzt geguckt, dass ich halt mehrere verschiedene Compilations wieder am Start habe, die jetzt in den nächsten Wochen kommen werden. Und habe mir deswegen sogar von Bernie zwei Clips geben lassen, die bei ihm entstanden sind, aus seiner eigenen Sicht. Und habe die mit meiner Sicht kombiniert, um das Ganze nochmal ein bisschen interessanter zu gestalten. In diesem Sinne, freut euch auf panische Schreie, coole Kills, Road Rage, die Ordnung, die das Chaos bringt und eine Beerdigung. Bis dahin!